Hallo all of my love, doch meine liebe Freunde. Ich bin jetzt in Seoul angekommen. Jetzt war 23.45 Uhr nachts mit dem Taxi. So sieht mein Zimmer aus. 13. Stockwerk, sieht cool aus. So ist das Bett. Riesenfernseher, Leute. Vor dem Bett. Krass, gell? Ja. Ja, schiebe ich meinen Koffer weg, damit ich es euch besser filmen kann. So ist ein Tisch, Feuerwerk. Da ist eine Designlampe. So. Jetzt erst mal das Bett, ja? Und das Bad, Leute. Klo, ja, wie immer. Geiler Klo. Beste Erfindung. Oh, hier eine Badepfanne. Badewanne, Design-Badewanne. Sieht auch gut aus. Jawohl. Und mit dem Fuß. Oh, riesen Spiegel. Kann ich nackt hier duschen und mich selber anschauen. Okay. Die Toilette gefällt mir gut. Hier ist auch ein Schrank, Leute. Hier ist auch ein Schrank. Mach ich mal auf. Jawohl. Da ist auch hier Badewanne, Klo, Papier, alles da. Hier, wenn ich den Schrank aufmache, Wasser koche, ich gebe auch Tee. Sehr schön. Okay. Dann hier unten Kühlschrank. Kühlschrank gibt natürlich nichts. Müssen wir es halt selber verpflegen. Und dann hier. Oh, es liegt hier, gell, Leute. Okay. Und dann hier Taschentücher. Ich meine Badezeug, Badetuch. Und Tüch für mich allein. Das ist mein 13. Stockwerk. Zimmer 06. Nicht auch ein Zimmer. So sieht euer Mimphusius aus. Okay. Das ist mein Zimmer in Seoul. See you later, Alligator. Bye-bye. Good morning, all of my lovers. Das ist der Ausblick von meinem Zimmer. 13. Stock, Zimmer 06. Simpsoul. Ausblick von meinem Zimmer. Oh, das ist richtig heiß, Leute. Richtig, richtig heiß. Jetzt gehe ich mal in die Stadt was essen. Ich meine, gehe ich was finden. Ich bin ja mitten in der Stadt. Oh, so. Sieht mein Fussius am frühen Morgen aus, Leute. Wie findet ihr mein neues T-Shirt? Ich habe das in Tokio geholt. Hier. Snoopy. See you later, Alligator. Leute, so sieht das Hotel von außen aus. Ja, ich bin in diesem Hotel Designer. Und da ist ein Park auf dem Porsche. Meine Marke, Leute. Ja. BMW auch. Ja. Der ist direkt an dieser Straße. Okay.